Musik Rewe Reilingen sucht Verstärkung und zwar in der Metzgereiabteilung. Hallo, wir suchen dich als neue Kollegin, freundlich, flexibel in der Metzgereiabteilung hier in der Rewe in Reilingen. Dein Gebiet umfasst Käse, Wurst und Fleisch, die SB-Abteilung. Und wir werden uns freuen über eine fachlich kompetente Verkäuferin oder auch einen jungen Verkäufer. Und dann wird noch Hilfe benötigt in der Backwarenabteilung. Genau, morgens von 6 bis 8 bräuchten wir auch noch Unterstützung in der Backwarenabteilung. Und da wird gebacken und alles wieder vorgerichtet. Und das wäre schön, wenn du vielleicht zwei Stunden Zeit hättest morgens. Einfach ungeniert vorbeikommen und sich vorstellen und einfach sich zur Hilfe anbieten. Ja, vielleicht hat das ja auch eine ganz große Zukunft. Ja, genau. Einfach vorbeikommen, mit uns reden, Bewerbung mitbringen. Musik TV-Uriginal 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 EINEP